Ich wollte eigentlich gerade das Licht anschalten, aber es funktioniert nicht. Ich habe ja gerade mal einen Biss genommen. Also bei Penny Markt jetzt neuerdings Hot Talk To Go. Also das ist jetzt Classic. Das ist Tomate, Senf, Käse. Moment, das ist frisch rasiert. Tomate, Senf, Gürkchen und oben ist ein Käse-Streifen. Wiener Würstchen, Baguette Brot, Gürkchen, Senf. Entschuldigung, der Mittelsteifen ist Mayo. Leider ein bisschen abgesteilt, das Brötchen ist ein bisschen wobbly wobbly. Schmeckt wie ein Baguette mit Hot Talk Zutaten. Aber lecker. Und das dicke Ding, das macht satt.